Jubelinen, Tisch am Wochenende und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf diesem verfickten Kanal und heute spielen wir Minecraft Endergames mit NoStyle und wir haben heute eine Challenge Einer sammelt und einer craftet und ich sammel und er craftet Deswegen hab ich mir das Diebes Kit gepackt Loot jetzt, Loot, 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 ich hab 5 Tears oder so Boah, kann ich eigentlich auch so ein Tetenfisch werden? Ich geh Holz holen, du hast doch gar kein Holz oder irgendwas zum craften Äh ne hab ich nicht Also siehst du? Hier Hier, guck Boah, er wirft erstmal ganz runter Jetzt kannst du dir was schönes draus zaubern Ja schau, der Typ macht mir voll Angst, wie der da dran steht Hallo Motherfucker Lass ihn jetzt einfach killen auf uns Gib mir ein Schwert, komm her 1 gegen 1 Okay Ja, der fickt dich Nein, ich hab ihn Oh Gott, Junge, du bist so ein Muster Ja, bau ab Achso, schade Okay, hier Hier, nimm Nein Ich komme Ich weiß nicht, wie sollen wir uns jetzt wiederfinden? Oh mein Gott, Ubitu ist der nächste Fuck, Digga, hier ist so einer in der Nähe Ja, halt auf weg Run Why are you running? Why are you running? Ich bin tot Ja Ich bin tot Digga Oh mein Gott Ja Ja Ich bin tot Ja Ich bin tot Ja Ich bin tot Ja Ich bin tot Ich hab grad was zwischen gehört, aber ich dachte nicht, dass er weg ist Ja Ja, aber ich track dich Hä? Das ist nicht Hä? Das ist dein Urz Du bist die scheiß Kuh, Mann Halt's Maul Hier, ich leg das in den Holz Hier, Holz Hier, ein bisschen Eisen Hier, ein bisschen Eisen Jetzt beeil dich, Digga Ich kann ihn nicht schlagen Ich kann ihn nicht schlagen Ich kann ihn nicht schlagen Der hat den Teleport Ich kann ihn einfach nicht schlagen, Junge Digga, der Typ hier läuft von mir weg, oder so Hör ich zu deiner Kuh, oder so Halt dein Maul Das Ding ist, man kann ja keine Schwerter in den Kisten finden Hehehe 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 Du redest, ich kannst nicht ertrinken gehen, Alter Nein, Mann, ich hab den Vorteil Was für hast du denn für einen Vorteil? Dass ich cool bin Hahahaha Nein Du rechts läufst Rechts, du musst rechts laufen Rechts Nach rechts gucken Okay Du, das ist viel besser Hehehe Hehehe Er killt dich Scheiße Hehehe Warum, w- was bringt euch das Lied, Junge? Kannst du nichts klauen? Scheiße AHHHHH Hehehe 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 Wenn einer von uns beiden stirbt, dann kann man nichts mehr machen, dann machst du es. Junge, der eine wird teleportiert, der andere findet den anderen nicht, Junge. Ja, ich krieg keine Sachen, Mann. Ich hab nur drei Eisen. Ich bin runtergesprungen. Du stehst doch vor mir. Wo krieg ich das Goldschwer? Das ist das Eisenschwer da. Das war es, Junge, wirklich komplett. Hä, wo bist du hin? Äh, bist du Junge? Ich bin auf dem Baum drauf und du wurdest mit Puppel eingetauscht. Oh, scheit. Bleib doch mal ste... Nein! Warum bleibst du denn nicht stehen? Warum sind wir noch hier? Nur um alle Nacht zu sterben. So Leute, es soll es auch vor dem Video gewesen sein. Ich hoffe, wenn das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeig es mir mit einer Bewertung. Tut mir einen Gefallen und schaut bei LiebenLowStyle vorbei. Oberster Link in der Videobeschreibung. Lass dir deinen freshen Abo da. Und, ja, haut rein. Macht's gut. Ciao. Ciao!